willkommen leute ich bin es afjog 1905 heute mit schleichfabrik das kann man sagen das ist so wie so eine wöchentliche ist mit spezieller op also spezieller stützpunkt sozusagen wo man einmal in der woche machen kann genau das wird dann auch sonntags um drei uhr resettet hier zum beispiel man erstmal diese kleidung hinaus die kleidung bleibt dann auch nur für diese runde wenn man rausgeht verschwindet die rüstung und wenn man sich duckt nach paar sekunden wird man unsichtbar wie man jetzt gleich sieht und dann macht man extra mehr schaden das war sozusagen jetzt mein erster versuch du musst noch kurz aufwaffen und das einfach wichtig dass sie ja wirklich in die nähe geht und versucht weil jetzt gerade noch mein level richtig los und ich bin krieger so mache ich fast keinen schaden du musst noch alles drauf genau und man sollte nicht hier in die gelben felder drauf gehen weil sonst wird man gleich abgeschossen ich habe wie man sieht bin ich jetzt gerade aus der hocke raus dann wird man sofort sichtbar und ist sofort tot also die man auch weit weitaus mehr schaden man kann kein schild nutzen das schild ist deaktiviert und wenn ich automatisch weil ich kriege bin mache ich immer springen und schießen und ihr müsst einfach hier versuchen in die nähe zu gehen und wie man sieht gehe ich immer automatisch mit dem tuch aber wenn jetzt gleich genau und er kriegt sie punkte und mit dem kriegzeit so die punkte genau wo man oben auch nach sehen kann und man muss wirklich in der nähe sein wie man sieht sonst macht man gerade auf meinem level und ich bin kein virus mehr mache ich weitaus weniger schaden einfach in die nähe gehen und auf dem kopf ziehen ja das ist einmal so vielleicht nicht auf die feld darauf gehen auf die gelben feld auf die lichter und einfach in deckung bleiben und wenn jetzt die zwischenboste kommen die können sie ganz normal töten und sonst ist eigentlich fast gleich geblieben nur dass man sich hat hier ein kleiner modus dazu gekommen ist mehr abwechslung und ja eigentlich sehr cool geworden hier das gleiche und dann läuft eigentlich fast ähnlich ab nur dass sie halt dann könnt es auch im video dann sehen nur in den bereichen wo die selten sind einfach in deckung gehen dass ihr euch nicht erwischen und wenn die zwischenboste wie jetzt kommen dann einfach ganz normal da braucht sich nicht zu verstecken einfach ganz normal in die ecke gehen und den boss killen und dann könnt ihr euch das restliche video noch anschauen aber das ist eigentlich sehr ähnlich geblieben nur halt mit dem modus dass hier man schleichen muss viel spaß noch weiter mit dem video euer afjok 1905 geht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020